du hast du mal wieder da per fakta so so bist du hier halt und mit dem satz sind wir schon wieder willkommen bei far cry ist das noch die weiterführung von den anderen oder was stand eben noch verwirrt und verirrt also andere modell vielleicht müssen wir einfach hier nur raus finden den weg nach draußen ich habe auf jeden fall schon wieder die beiden idioten gefunden aber die haben mir diesmal keine drogen gegeben das heißt wir müssen alles ganz normal wir müssen hier stehen wir müssen hier wegen aus dem laborium draus finden schätze ich mal wieso schließen die nicht mehr lauf ich wieder zurück der krieg ist vorbei und du läufst immer noch drum ich glaube das war's ich glaube das war's kuckuck was geht was 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 scheiß hunde irgendwo in diese mistviecher kommen auf alle auf einmal naja das macht ja kein spaß genau so sehe ich das auch so macht es einen voll profi ich weiß nicht was die stierten so schönes rum ach so diese dinge unwichtig was hast du ja mal gucken was wir damit machen müssen wo hin dann nehmen wir ja auch so viel rücksicht rücksicht drauf es funktioniert weißt du was das beste ist was mir drogen gefällt sie funktionieren wie viel liegestützen schaffst du alle aber es ist auch sehr einseitige bilderstattung und abgegeben den lkw ist zum nächsten mal wenn es heißt v4